ehrlich vor Hallo leute hier ist der guso wieder und weiter geht's mit dem nächsten video ich greife an Ich hoffe das vergangenheits video hat euch gefallen für die dies noch nicht angeschaut haben zieht euch das mal rein Da habe ich ja früher mal ein video aufgenommen und habe mir gedacht gut okay komm das wirst du Später erst hochladen und dann habe ich jetzt halt schon mal verglichen wie weit ich gekommen bin was ich anders mache als früher Und das ist schon ziemlich geil oder der hat auch Echt fetten loot komme ich da so ja ich meine reinkommen sollte nicht das thema sein noch mal kurz checken Was er hat ich würde mal sagen da müsste ich aber erst mal die cb Ja ich glaube da kille ich erst mal die cb So weil nämlich die werden garantiert noch kommen und der hat garantiert die cb voll Ja ich gehe erstmals rat aus sorry war mein fehler Der hat nämlich garantiert was drinnen. Oh ok nein damit hätte ich jetzt absolut gar nicht gerechnet Dann da zwei riesen und zwei mauerbrecherchen rein Und dann sagen wir hier in hier Mal gucken wir mal was die hier reißen Nebenbei hauen wir gleich Warum lauft ihr dahin schade Okay sogar noch kaputt gegangen genau da solltet ihr nämlich eh hinlaufen zack So dann Hauen wir hier noch den rest riesen rein sind schon Gar nicht so schlecht dabei so jetzt gucken wir mal Ja bevor die hier mit dem expo komplett kalt gemacht werden Würde ich gerne Warum die mauerbrecher die rennen echt nicht so weit rein wie sie rein sollen das ist echt scheiße Gucken wir mal was hier Hier gerissen werden kann so auch so ich habe noch die queen Nehme ich da noch die Ah die Ah die klieren hier ziemlich gut Komm Hier noch hin Mal gucken ob sie das aushalten Und dann Hau ich mal genau Der innere punkt ist gesetzt Ich habe den rage nicht gedroppt und ich brauche denke ich die letzten 22 Kobolde Äh kobolde vielleicht nicht mal gucken Ich habe noch die cb Ich habe noch die cb Ah schade in die falsche richtung Das wäre nämlich noch geil gewesen aber gut Äh loot ist vollkommen zufriedenstellend ganz ehrlich Da brauchen wir nicht meckern Und ja ich sehe immer wieder Äh immer öfter sage ich jetzt mal wirklich dass man Nichts überstürzen sollte beim angriff Klar mit den riesen war jetzt schade dass die noch in der cb drin waren die hätten mir natürlich früher ein bisschen besser geholfen Passt aber rage brauche ich nicht setzen nice loot kann man mitnehmen also dafür ganz ehrlich das ist doch mal das erste mal dass ich mich dafür live nicht entschuldigen muss das war ganz in Ordnung Klar gerne hätte ich die 80k noch mitgenommen logisch da brauchen wir nicht drüber reden Also ich gucke noch mal macht voll ganz genau zack und ich habe nämlich noch das weiß ich ich sollte nämlich noch jemand Achso äh nebenbei ich sollte gerne noch Die erfurter grüßen und zwar oscar und justus Wäre sehr geil schreibt der rustus naja läuft bei ihm Habe ich hier mit gemacht So und dann sollte ich noch das weiß ich noch ganz genau da hat sich nämlich jemand der game gun hd ein bisschen arbeit gemacht Und hat gesagt komm ich erstelle sogar für den gusua für das 10k abo special mal nen clan und Ja sehr geil sehr Geil dass das mag ich auf jeden fall dass es wieder Echt eine geile nummer wird garantiert öfter mal angegriffen Das ist ziemlich geil aber wie gesagt da sieht man halt wirklich wieder Dass es das auch irgendwo wert ist also sprich wirklich Ja wie ich das schon bei den anderen abo specials gesagt habe Das ist nicht nur so ja gut okay ich mache video und dann ja Gucken sie sich das an und fertig sondern nein es kommt einfach wirklich was von euch zurück das finde ich mega geil Also richtig richtig nice Geiles ding also ich würde ja auf jeden fall Die armeelager hoch ballern Ja es ist natürlich relativ schwer zu sehen sowas also klar mauern und sowas aber ich meine wir sind level 84 Da Ist man ja im normalfall noch nicht level 10 vom rathaus her aber gut okay das passt so Auf jeden fall vielen vielen dank Für diese aktion Guck mal vielleicht hat er sogar angefragt ach kommt leute was soll's was soll's wir lieben mal kurz Ja kommen wir lasst uns lasst uns durchdrehen Ja wir gehen dann noch mal kurz aus meinem clan raus Beitreten Der gusor ist in der haus ich weiß haus schreibt man anders aber ich will es jetzt extra mal so machen so Und dann wird natürlich auch was bitte hexen drachen oder magier wie es passt von so Ja ich sag mal mir passt alles Hexen drachen naja ein drache nee ich ich ach komm hier hauen wir dir mal eine hexe raus komm wir sind ja mal nicht so war Schade ich kann dir nicht zwei donaten Aber ich kann dir Zack eine witch hat zwölf richtig ja genau nice Komm Junge Zack voll so und dann haben wir auch noch Da der braucht auch noch was und zwar Was hauen wir ihm rein ein pecker Bauen wir ein pecker komm bauen wir ein pecker Zack Kann man mit dem pecker viel anfangen Oder oder ich denke das ist auch gar nicht so verkehrt Einmal eine packung Lunes Damit kann man auch relativ gut was reißen Ich war hier Danke für die Base Achso er sagt auch noch er hat ein paar raids drin Ja kommt leute komm Sind wir mal nicht so war sind wir mal nicht so das geben wir uns jetzt mal Ich 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 muss gerade gucken Wie man auf das space design kommt aber ich gehe mal davon aus dass er da einfach mal gesagt hat komm hier Wtf zumal loot war eh nicht viel zu holen von daher wird er sich gesagt haben kommen ich habe nichts zu verlieren dann Ich meine der hat nun mit wenig truppen angegriffen ich würde schon sagen ich meine da hat der Ja Ja hier man man Vertut sich schnell bei so einer situation du hast die mauer davor das hat man ja auch bei lichtless base gesehen Jetzt gucken wir mal genauer hin Der hat hier das dunkle zum locken halt und natürlich das rad aus also ja zwei sachen die wirklich wichtig sind Ja okay die queen geht darauf und das neckt sie sich schon Ja ja okay das neckt sie sich Aber das war's ist natürlich auch eine geile möglichkeit um hoch zu gehen also hat ja lichtler auch schon mal gesagt Und dass er damit ganz gut rausgekommen ist einfach die lx rausgestellt und dann läuft das Geiles ding Passt so und ich sollte deine base auch noch mal checken gucken wir mal rein Auch alles sehr dicht beieinander also keinen raum für irgendwelche fallen das fällt natürlich dann auch dem gegner auf der sieht natürlich gut okay An die hock ist es schon mal nicht zack gehe ich mal rein mit hocks zum zum beispiel jetzt einfach mal so Und der würde wenn er sie nicht gerade hier droppt Gut reinkommen Aber ich denke mal auch mit Level 64 ist man da noch nicht so Sicher gegen hocks das ist nun mal nicht anders Das ist das level an sich halt gucken wir mal Rathaus siebener Ich bin glaube ich Ich bin glaube ich Level 60 oder sowas Und ich bin auch so in dem dreh Ich bin auch so in dem dreh Ja also mauern hast du schon was mehr als ich Aber dafür habe ich tesla schon beide auf drei Ja so ist das Läuft passt Gucken wir mal ob wir hier noch was finden Aber ansonsten soll es das auch schon gewesen sein weil das war so ein Special ah ich habe meine truppen wieder vergessen auszubilden So da sind wir wieder Das läuft hier auf jeden fall gucken wir mal ob wir hier noch Guso a fail, dann schauen wir mal Ah ja okay okay aber wie gesagt da waren halt Die truppen Das ist sehr geil Ja das ist halt diese dieses typische die und nichts gegettet nichts also er hat nichts bekommen richtig geil Weil klar die gehen halt erst da drauf und so schnell wie die infernus halt da am start sind Und der hat das dann auch gepeilt der dachte sich auch gut okay Aber viele mit der base wird es garantiert viele geben die sich sagen gut okay komm Ich haue jetzt alles rauf und das kannst du auch mit 200 truppen haben und das soll es aber auch für die folge gewesen sein Ich hoffe es hat euch gefallen und wenn ihr mal wieder irgendwie wunschangriffe oder sowas habt wo ihr sagt ach naja Das und das hätte ich gerne mal oder wie würdest du den und den angriff machen dann haut den einfach mal raus Und dann sehen wir mal weiter ich wünsche euch was ihr haut rein ciao